In Norwegen laufen die Untersuchungen auf Hochtouren. 23 Menschen sind nach einer Impfung gegen das Coronavirus verstorben. In zehn Fällen laufen die Ermittlungen noch. Bei 13 Toten steht mittlerweile fest, es könnte einen direkten Zusammenhang mit der Impfung geben. Betroffen waren alte, gebrechliche, schwer kranke Menschen, die den Impfstoff von BioNTech-Pfizer erhalten haben. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind unter den ersten, die in Norwegen geimpft werden. 23 sind kurz danach gestorben. Die norwegische Gesundheitsbehörde vermutet einen Zusammenhang mit der Impfung. Für einige gebrechliche, sehr alte Menschen mit Erkrankungen sind die Nebenwirkungen nicht verkraftbar, erklärt der Chef der Behörde. Es scheint, dass einige dieser Patienten so schwere Nebenwirkungen in Form von Fieber und Unwohlsein bekommen können, dass eine sehr schwere Krankheit noch schwerwiegender werden kann, was zum Tod führen kann. Norwegen ändert jetzt seine Impfempfehlung. Menschen über 80 Jahre sollen nicht mehr geimpft werden, wenn sie an schweren Krankheiten leiden. Darunter fallen Lungen- und Herzerkrankungen oder Demenz. Die meisten Pflegeheimbewohner haben die Impfung aber gut vertragen. In der Kritik steht nun die Zulassungsstudie von BioNTech-Pfizer. Nur 3% der Teilnehmer waren über 75 Jahre alt. Deshalb wisse man wenig über Impfprobleme bei älteren, sehr kranken Menschen, warnen Experten. Die Impfung könnte für sie zu gefährlich sein. Die Nebenwirkungen können zu riskant sein. Und das Risiko, dass die Leute dann an schweren Nebenwirkungen erkranken oder sogar sterben, ist ethisch natürlich nicht vertretbar, weil sie sowieso nur eine relativ kurze Lebenszeit vor sich haben. Und wenn man ihnen dann noch schadet mit einer Impfung, dann ist das doch sehr problematisch. Auch Österreich sollte jetzt seine Impfempfehlung ändern, fordert der Epidemiologe Gerald Gartlener. Ich denke, man muss in Österreich auch auf diese Erkenntnisse aus Norwegen reagieren, weil wir eben davon ausgehen müssen, dass diese gebrechlichen Schwerkrankenpersonen nicht in den Studien vertreten waren. Das heißt, auch unsere Impfstrategie muss wahrscheinlich angepasst werden. Und bei dieser Personengruppe vielleicht überdacht werden. Das sei in Österreich aber nicht geplant, heißt es auf Servus Nachrichtenanfrage. Auch in Deutschland prüfen die Behörden zehn Todesfälle von älteren, teils schwer kranken Menschen, kurz nach der Impfung. Das Bundesinstitut für Impfstoffe geht bislang aber nicht von einem Zusammenhang mit der Impfung aus. Das ist eine Impfung aus.